If you wanna make a ginger, give me a dick, go, go, rock. My Goja, be your love. Anywhere I go, I come up with my mama. Ey, welcome to Split of Steel. Ihr habt zwei Chancen. Ne, drei. Es gibt drei Optionen, okay? Die erste Option ist, es geht um 200 Euro. Ihr könnt 200 Euro gewinnen. Wenn einer Split sagt und der andere sagt Steel, gewinnt derjenige 200 Euro, der Steel gesagt hat. Wenn beide Steel sagen, weil die denken, die wollen mit dem Geld abhauen, dann gewinnt keiner was. Aber wenn ihr Brüder seid und ihr sagt, ey, hör mal zu, 100 Euro sind sehr, sehr viel Geld, bo. Lasst uns Split machen und wir beide machen Split. Dann gewinnt jeder 100 Euro. Es gibt drei Optionen, die du machen kannst. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, um ein bisschen, weißt du, euch auszutauschen und so. Und ja, dann geht das Spiel los. Dann kannst du ein bisschen so ein Dings hier machen. Ey, boah, Jungs, das ist 200 Euro. Ey, ich werd den Dings hier brauchen. Du weißt, wie es ist und so, ne? Weißt du, was ich meine? Ein bisschen Stichel. Und dann machen die sagen, ey, Bruder, der labert scheiße, Joel labert scheiße und so. Ey, weißt du, ich meine? Und dann geht's los. Okay, okay. Okay, Jungs, ihr habt 30 Sekunden. Redet so viel, wie ihr könnt, um auf den Nenner zu kommen. Eins, zwei, drei. Ganz, ganz, ganz kurz und knapp sagen, einfach beide Hunderter fertig aus. Kurz, schmerzlos. Oder Hunderter ist geil, Bruder. Man braucht nicht auf 200 gehören, bitte. Nicht so. Hunderter ist richtig geil. Oder 100 Euro? Bin ich voll bei dir? Ja, ich hab dir gesagt, ey, 2024. Du hast den Typ von Kai gesehen? Oder die haben sich da so gefickt, die haben da so viel Geld verloren. Ich hab den ganzen Kumpel gepackt. Die haben sich so hopfgemummt, das ist geisteskrankt. Einfach Splitt und Gutes. Bin ich voll bei dir. Da war'n? Da war'n? Da war'n? Da war'n? Da war'n? Also, schreibt euer, äh, Splitt of Steel auf. Ja. Ey, wer hier Steel schreibt, gibt wahrscheinlich 200 Euro, ne? Noch nicht zeigen. Noch nicht zeigen. Wie habt ihr jetzt so einen gemacht? Ihr könnt vielleicht... Oder die machen mal, ja. Hunni, Hunni. Habt ihr aufgeschrieben? Ja. Adem. Ja? Ich hab's aufgeschrieben. Kam. Ey, die Zettel bitte so, dass man es nicht sieht jetzt gerade. Das heißt so. Und hier ist was draufgeschrieben. Zeig mal hier drauf. Ja, was? Genau, dass man es nicht sieht, Jungs. Genau. Und ich sage 3, 2, 1 und dann revielen wir. Dreht ihr um, okay? Ja. 3, 2, 1, revielen. Splitt. Splitt! Ja? No way. Ehrlich, oh mein Gott. Der ist auf der Party, der will auf euch ausgehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will mal Takt 3. Bruder. Oh mein Gott. Herzliche Seele. Der Walker. Wie fühlst du dich? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Du kannst ruhig schlafen, ich sag dir so wie es ist. Du kannst ruhig schlafen, Bruder. Nein. Tja. Tja. Ey, wie war das nochmal? Lady Gaga pop, 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 pop. Nein, nein, nein. Day Walker, bin ich dir ehrlich? Was du gerade gesagt hast mit Karma und sowas. Da bin ich auf deiner Seite, Bruder. Da bin ich auf deiner Seite. Aber wie fühlst du dich? Sei ehrlich. Also, Michelin. Die Kohle juckt mich nicht. Ich bin der Textmeister. Ich... Juckt mich nicht. Einfach nicht zufrieden gemacht. Ich glaube, er ist ein bisschen enttäuschende Menschen jetzt einfach. Er ist ein bisschen enttäuschende Menschen jetzt einfach. Bruder, Adam, Adam braucht erstmal ne Kippe dafür. Was sagst du denn, Adam, Bruder? Murray, stopp. Er kennt. Er kennt. Bruder, es wird kaum. Was soll ich sagen? Bruder, ich finde es geiler, ne? Ich brauche nur einen Puff. Bruder, gönnt ihr es, Bruder. Heute wird ne lange Nacht für mich. Heute wird ne lange Nacht für mich. So, Bruder, ey. Beide. Beide genießt euren Abend, Bruder. Wir werden auf jeden Fall mehr davon machen. Day Walker, sei nicht sauer. Adam, genießt deinen Abend, Bruder. Okay, drei Sekunden. Let's get it. Bro, ganz einfach. Lass einfach Split machen. Du hast eben gesehen, was passiert ist. Und Karma holt einen immer ein. Er braucht es nicht sagen. Aber woher weißt du, dass du auch Split machst? Sag mir mal einen Grund. Keine Ahnung. Ich bin einfach fertig so. Wie gesagt, Karma holt einen auf jeden Fall ein. So hat der andere auch gedreht. So hat der andere auch gedreht. So hat der andere auch gedreht. Ich garantiere dir hundert Prozent. Ah, Joel. Warum sollte einer reinscheißen und einer nicht so kommen? Stopp! Da ist ein Gott vorbei. Hey, hey, hey. Ich will nichts mehr hören. Nix, nix. 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 Schreibt rein, was ihr gesagt habt. Ich hab schon ready. Er ist schon ready, sagt er. AC. No, no, noch nicht zeigen, noch nicht zeigen, noch nicht zeigen. Ich muss nur gucken, weil das dreht sich halt. Aber es geht schon so, geht schon. AC, hast du deine Sachen drauf, äh, hast du aufgeschrieben? Nicht zeigen. Okay. Wenn ihr es auf dem Handy geschrieben habt, macht so. Und dann, wenn ich bei drei, zwei, eins angekommen bin, dreht ihr es beide. Okay? Dass ich sehen kann. Okay. Okay. Ich muss es aber so halten, muss es so lesen, aber. Ja, gar keinen Stress. Drei. Zwei. Eins. With you. Oh! Wieder so einer. We got another one. Oh my god. With the Brooklyn Nets, bro. With the Brooklyn Nets, bro. Come on. Oh my god. 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 Hey, 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 hey. Sadie, Sadie, Sadie. What are we doing, man? Hey, 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 hey. I need that money, you know. I'll say... Say ihm gegönnt. Say ihm gegönnt. Wenn er unbedingt braucht, say ihm gegönnt. Give him. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Sag mal ehrlich, wie fühlst du? Ich muss sagen, ja? Schmeckt! Schmeckt! Er hat vorhin schon so die Hände gegeben. Ich musste schneller mit spielen. Eigentlich schon lecker. Am Anfang, aber er meint noch so, mit dem Brooklyn Nett-Jersey. Er hat dann da... Aber das das Verrückte ist, wo er gewonnen hat. Er macht so noch. Supporter! Supporter! Ey! Ich hab das studiert. Hast du, ja? Weiß nicht nix. Aber ey, danke fürs Teilnehmen auf jeden Fall. Na, safe, bro. Ey, GG's auf jeden Fall. Schönen Abend euch noch. Jungs, hört ihr uns? Ja. Mach die Kamera an, Bruder. Kamera ist an. Was geht, was geht, was geht? Ey, Jungs, ey, er hat den... Zeig mal deinen Pulli-Bowl, der untere. Achso, ich dachte, der hat den der Zart-Pulli an. Ey, Name, 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 beide? Emil. Äh, Linus. Jonas, und? Der erste Name? Emil. Emil. Ey, Jungs. Was ist das denn? Nein, das sieht mal nach einem ehrlichen Typ aus da oben. Da oben, ne? Aber das kann auch täuschen, meine Freunde. Das kann täuschen. Also, meine Freunde, wir befinden uns bei Split or Steel, meine Freunde. Also, ihr habt drei Optionen, okay? Es geht um 200 Euro. Entweder, also ihr redet für 30 Sekunden, kommt auf den gleichen Nenner, versucht auf Split zu kommen, okay? Wenn ihr beide Split macht, nehmt ihr 100 Euro jeweils mit. Wenn einer Steel macht und der andere Split nimmt derjenige, der Steel auf dem Papier oder auf dem Handy geschrieben hat, nimmt 200 mit. Oder ihr seid beide greedy und packt Steel rein, dann geht ihr mit gar nichts nach Hause, meine Freunde. Ihr habt 40 Sekunden, 40 bis 45 Sekunden, um auf den gleichen Nenner zu kommen, um hier mit ein bisschen Geld rauszukommen. Was heißt ein bisschen Geld? Wer da blockt kann. Ach so, ihr habt gesehen, was die Vorgänger gemacht haben. Der eine, die wir müssen raus und der andere ist De Rich, Mann, it's up to you, guys. Oh, ey, wir müssen diesen Dings warten. De Rich, Mann. Oh, De Rich, Mann. Okay, Jungs, ich geb euch. Keiner kann ja noch mit Presos nach Hause gehen. 35 Sekunden, und go. Okay, Chef. Also, ich hab grad den Kühlerschein beendet, ich wurde blank gesaugt, wirklich. Also, ich wurde blank gesaugt. Ich bin blanko. Also ich sag, wir beide gehen hier mit was Gutes raus, wir haben Freitagabend, ich nehme 100-100-3-Talk, es ist open. Wäre ich sofort dabei, Joel hat das für mich gesehen, ich bin wirklich, also trust me, ich bin ehrlich gebaut. Aber eine Frage noch, LeBron oder Jordan? Tatsächlich für mich LeBron. Boah, das passt doch alles, Alter, das passt wie geschmiert. Jungs. Jungs, schreibt bitte Split or Steel auf euren Zettel bitte, auf ein Zettel, Split or Steel. Split or Steel, ich werde runterzählen von 3, 2, 1 und dann 0 und sage nur wie wir, dann könnt ihr es zeigen, okay? Ja, ja, du schreibst noch, wir haben hier Zeit. Papa, ich bin auch schon. Ja, gib es. Nein, ihr seid einfach. Ihr seid einfach drüben, nicht? Ja. Oh. Gut. Gut. Du kannst es morgen haben. Du kannst es morgen haben. Du kannst es morgen haben. Baby! Ich gebe es morgen. Boah. Boah, der überlegt, der E-Mail überlegt da unten. Ey, vorab, ne? Wir haben das schon alles gehabt, keine traurigen Gesichter heute, ne? Also, ihr habt gerade, das sah so aus, als wenn ihr euch in den Richtigsten falsch seid, ne? LeBron, Jordan und so, ich hab das alles gehört, aber das hat nichts verheißen, ne? Also, wir müssen hier happy wieder rausgehen, Freunde. Also. Also. Ich hab tatsächlich schon vorbereitet. Ich hatte schon alles stehen. Ich wusste von Anfang an, wenn ich reinkomme, ich weiß, was ich nehme. Boah, der, der obere, ich bin ehrlich mit dir, ne? Ich würde sogar jetzt nix machen. Spoiler, Bruder. Ich würde sogar split machen jetzt für ihn, Bruder. Ich bin ehrlich mit dir. Darf ich jetzt in den Chat. Okay. Also. Bei Reveal zeigt ihr es, okay? Drei. Zwei. Eins. Reveal. Genau so kann man's machen. Kann man einfach 100 Euro gewinnen. Ganz ruhig. Ehre Mann. 45 Sekunden los. Und los. Guck mal, ich würd sagen, ich weiß nicht, zum Beispiel Ding, bist du Gamer oder so? Naja, ich muss FIFA machen, ja? Ja, Bruder, deswegen meinen wir auch. Bruder, ich muss warm spielen. Wir können beide FIFA for free holen, plus noch Hundi drauf. Bro, für mich ist schon klar. Für mich ist immer split. Wir talk, Digger. Wär schon hart, wenn einer, also, wenn man jetzt gefakt wird, Bruder. Ich bin doch noch 18, Bruder. Ich hab meinen Führerschein gemacht. Ich muss mir auch noch ein bisschen für den Führerschein Schulden zahlen, Bruder. Für mich ist schon klar. Ich will nur gucken, ob du mich hast. Nein. Ist das wirklich... Das ist so... Allein jetzt nochmal... Das FIFA ist ein gutes Ding auf jeden Fall, ja? Ich muss aber aufpassen. Warte, die Leute reden manchmal. Bist du Messi oder Ronaldo? Messi oder Ronaldo? Messi oder Ronaldo? Ja, Messi. Ihr habt keine... Wait, wait, wait! Keine Diskussion mehr! Keine! Ist over! Schreibt eure Antwort drauf. Split or Steel erstmal. Es wird 400 auf 400 Euro. Manchmal bin ich ein bisschen confused, wenn sie ein bisschen zu viel dann erzählen. Ja? Und links hat ein bisschen viel erzählt. Bruder, die können machen. Okay. Ich will nicht... Ich will nicht zeigen. Ich sag ehrlich, man ist ja nervös, Digger. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was man sagen soll. Ist aber gut. Ist aber gut. Oder man versucht einfach alles rauszuholen und dann nimmt sich 400 Bucks einfach mit. Aber ich bin ehrlich. 200 Bucks, ich würde ihm gönnen. Würde schmecken. Also. Habt ihr eure Antworten draufgeschrieben? Das hat der erste Band auch gesagt. Das hat der erste Band auch gesagt. Das hat der erste Band auch gesagt. Ja, ich weiß nicht. Ich auch. Habt ihr eure Antworten draufgeschrieben? Ja. Bitte nicht zeigen. I'm excited, I'm excited. Pack mal hier. Also so, dass ihr es nicht zeigt erstmal. Also Papier so. Ja. Ist eben anders? Ne, ne, ne. Und du auch? So? Yes. Wir machen bei Revere, okay? Drei. Zwei. Eins. Revere. Ohhhhh. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ach selleck. Hallo Leute. Ich sag ehrlich. Irgendwie. Aber Im Endeffekt. Und das, ich hab's grad schon gesagt. Ohhhh. Oh no. Emilio. Ich hätte niemals gedacht, dass Emilio macht. Ja, das ist ja... Chat! Bruder, ich dachte, der wäre voll ehrlich, ne? Ich sage auch, ich auch. Bruder, ich hätte mal eine andere Taktik machen wollen. Bruder, Drey hat das doch auch richtig gut gesagt. Eigentlich bin ich ehrlich. Das ist crazy. Bevor mich jemand treibt, nehme ich auch Stil, damit er gar nichts kriegt. Weißt du, was ich meine? Seth, ich wollte dir erstmal machen, dass ich so sage, Mästig steck von Anfang an ins Spiel und dann mästig gebe ich dir dann auch das Geld. Ey, Bruder, du bist 18 Jahre! Du hast gerade gesagt, du hast Führerschein, du hast ein bisschen Schulden, Bruder, ich schick dir auch deine 200 Euro, Bruder. Auf deinen Nacken, Bruder. Weil du Splitt gemacht hast, boah. Weil du Splitt gemacht hast. Weil du 200 Euro gemacht hast. Weil du Splitt gesagt hast. Aber Emilio, nimm 400 Euro. 400 Euro mit, ja? Ey, Bruder, ich dachte, du hast Splitt gemacht, ey. Emilio, aber er wollte diese Sympathie-Punkte mit dir machen, ne? So, ey, du spielst so FIFA und so, das passt. Das hat nicht gereicht, das hat nicht gereicht. Aber ich hab wirklich noch nicht gereicht. Ich hol mir das wirklich damit. Ja, jetzt, jetzt. Hör auf für deinen Bruder dann, Talas. So, ey, boah. Siehst du die Bronze-Karten, oder? Sehr stark, boah. Sehr, sehr krass. Also, Glückwunsch an euch beide. Ich schicke euch beide auf jeden Fall das Geld. 400 Euro, Emilio, 200 Euro, Felix. So, ey, Braunschweiger? Nein, nein. Achso. Aber schau mal. Okay, nice. Nice, nice, nice. Bist du ja da, Digga. Hast gezockt, ja? Naja, irgendwie, ey. Stark, Bruder, stark, stark, stark. Hammer, Mann. Okay, ey, Jungs, wir schicken euch das Geld. Schickt, schickt bitte, äh, mit Sinan Discord. Kannst du Sinan? Ja, ja, mit Discord. Ja, ich hab euch angeschrieben. Aber, Flix, du musst mich annehmen auf Discord. Annehmen, annehmen, annehmen. Und dann, ähm, viel Spaß auf jeden Fall mit dem Geld. Holt euch Fifa. Und dann vielleicht machen wir mal einen Wager bei Fifa. Machen wir. Jungs, haut rein, ja?